willkommen zurück zu einem neuen dauntless video heute ist es endlich soweit wir verlosen die gewinner für unseren jagdpass gewinnspiel relikte und ruine meine damen und herren unglaublich und wisst ihr was ich rieche was das gewinne 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 meine damen und herren ich rieche gewinne ohne ende hier heute wird richtig rausgekloppt hier wir befinden uns jetzt ich mache es jetzt wie bei rtl ich habe leider nicht so eine dramatische musik die ich jetzt im hintergrund einspiele aber ich mache es wie bei rtl und den gamer glaubst du dass du dieses mal wieder gewinnen kannst oder du mann gewollt ja das letzte mal schon mitgespielt hat und nicht gewonnen hast meinst du heute ist dein tag wo du gewinnen kannst oder oder loyal der das erste mal teilnehmen und mit pc und quasi eine sonderregelung sonderausnahme von mir bekommen hat genau wie joe exek glaubt ihr dass ihr heute gewinnen könnt das erfahrt ihr nach einer kurzen werbung und da sind wir wieder werbung habe ich natürlich nicht eingespielt bin ja kein spaß aber wir machen es kurz und knapp und bündig ihr dürft euch alle bei joe exek bedanken denn ich habe tatsächlich das gewinnervideo schon produziert gehabt weil gestern vorgestern das hat ja keine sorge mitgespielt gehabt konnte ja niemand damit rechnen dass noch irgendjemand mitspielt damit von daher habe ich keinen bock das ganze jetzt einfach noch mal zu machen ihr habt einfach alle gewonnen wie geil ist das denn ihr habt ihr habt alle gewonnen ihr habt mir tränen in den augen ich bin zutiefst gerührt bin ich gerade ich bin naja egal das ganze läuft folgendermaßen ab wir treffen uns nicht online wir machen das komplett andersrum ich setze in der meiner video beschreibung dort setze ich meine e mail adresse rein dies für joe exek und für loyal dann könnt ihr mir dort ihr beide könnt mir eure paypal adresse nennen ich überweise euch das geld dann dann denn wir sind ja schon befreundet seit gestern nicht schlecht war die sind richtig bfs best friends forever hier schicke ich das einfach per psn nachricht und monkey wollt ich weiß nicht sind wir auch befreundet wenn ich dann schickt mir meine playstation anfrage über ja light boreos wichtig dabei das light groß also das l im light ach ich schreibe es einfach rein mit ich schreibe dir einfach unter die kommentare so wie mein name halt ist light boreos genau so abschreiben nur ohne gaming hätte mich mal zu psn dann schicke ich auch dir das per psn nachricht ansonsten schaffe ich das wahrscheinlich nicht oder erst heute abend sehr spät dass wir uns dann online treffen können ja herzlichen glückwunsch an alle gewinner ich bin ich begeistert danke joe exek du hast mir einen tag versagt ich wünsche euch viel spaß auf alle fälle und wir sehen uns bestimmt bei der nächsten runde dauntless am donnerstag freitag ich glaube ich mal am freitag stream mega geil leute hau rein bleib geschmade hier im wilden messen aber ich wohne doch im osten